Lohnt es sich in Gold zu investieren? Gerade in der jetzigen Krisenzeit fragen sich sehr, sehr viele Leute, wie kann ich mein Geld schützen? Und da kommt natürlich Gold sehr, sehr schnell ins Visier. Wir schauen uns in diesem Video gemeinsam an, wie Gold historisch sich jeweils angepasst hat, respektive in welchen Marktsituationen Gold wie reagiert hat. Das hilft dir auch, eine viel, viel bessere Entscheidung zu treffen, ob Gold ein Investment ist, das sich für dich lohnt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Geld kann mehr. Ja, warum spreche ich heute über Gold? Typischerweise ist auf meinem Kanal der Fokus auf Bitcoin-Kryptowährungen. Doch heute möchte ich über das Thema Gold sprechen. Warum? Weil in Krisenzeiten du dich vielleicht auch persönlich fragst, wie kannst du dein Geld schützen? Und dann auch Gold ziemlich schnell sozusagen in den Sinn kommen. Und du fragst dich vielleicht auch, ist Gold jetzt das richtige Investment? Lohnt es sich jetzt, in Gold zu investieren? Und deshalb schauen wir uns dieses Thema heute gemeinsam an. Ganz wichtig, um zu verstehen, wie ein Asset, wie Gold zum Beispiel in der Vergangenheit auch sich entwickelt hat, wie es reagiert hat, auf welche Marktsituationen, ist es wichtig, mal zurückzuschauen, wie die Vergangenheit ausgeschaut hat. Ich habe dir hierfür ganz wichtige Daten mitgebracht. Und zwar, was siehst du hier? Ganz kurz, in Rot, das sind offizielle Rezessionen in den USA. Die Daten werden direkt von der Zentralbank, von der FED gezogen. Also wenn die sagen, wir sind in der Rezession, dann wird das hier auch so Rot dargestellt. Dann haben wir in Violett hier, das ist der Goldkurs. Diese rot-grüne Linie hier, das ist die Dollarstärke, das heisst der DXY. Der Warenkorb Dollar gegen verschiedene grosse Währungen der Welt. Also da ist der Euro drin, Schweizer Franken und so weiter und so fort. Das heisst, je stärker hier dieser Index ist, desto stärker ist der Dollar oder respektive der Währungskorb ist schwächer. Dann hier unten haben wir die Inflationszahlen in den USA und den Ölpreis. Das sind so die wichtigsten Indikatoren. Falls du momentan auch meinen Kanal verfolgst, respektive auch allgemein das Weltgeschehen anschaust, dann sind das einfach die wichtigsten Indikatoren. Die USA bestimmt den Weltmarkt. Also, steigen wir hier mal direkt rein. Wie hat sich Gold verhalten? Sehen wir eine Gemeinsamkeit von diesen Indikatoren? Wenn zum Beispiel Inflation hoch ist und der Ölpreis ebenso, dann performt Gold sehr, sehr gut. Gibt es solche Zusammenhänge? Das ist das Ziel, das wir uns jetzt hier kurz anschauen. Erster Golfkrieg 1980. Das ist dieser Event hier. Du siehst, Gold hat extrem stark zugenommen. Und zwar hier von ungefähr 250 Dollar pro Unze auf über 800, 900. Also massiven Zugewinn. Preissteigerung. Die Inflation hat dazu mal angezogen. Also von hier im Schnitt ungefähr von 6-7% auf über 15-16%. Ölpreis hat ebenso leicht angezogen. Ja, erster Golfkrieg war ja die Ölkrise dann sehr, sehr stark spürbar. Aber kurz darauf hat der Preis massiv nachgelassen. Der Dollar wurde immer stärker. Also hier sehen wir mal einen gewissen Zusammenhang. Stärkere Dollar, schwächere Goldpreis. Zweiter Golfkrieg 1991. Inflation blieb praktisch gleich. Einen kleinen Peak hier beim Ölpreis. Wir hatten auch eine Rezession. Dollar war in der Seitwärtsbewegung von der Stärke her. Gold hat hier überhaupt nicht auf diese Krise hier reagiert. Dann die Dotcom-Bubble. 2000er Jahre, als die verschiedensten Firmen an der Börse massiv überbewertet waren. Der ganze Aktienmarkt gecrashed ist. Inflation konstant. Ölpreis mehr oder weniger auch konstant. Wir hatten aber eine Rezession hier. Eine offizielle Dollarstärke hat zugenommen. Goldpreis ist schwächer geworden. Was sehen wir hier? 2008, 2009. Das war die Hypothekarkrise. Die Lehman Brothers pleite. Und hier sehen wir wieder eine massive Rallye. Also ein Upside, respektive ein zunehmender Preis bei Gold. Also massive Zunahme hier. Also das war von rund 600 US-Dollar auf über 1900 rauf. Also massiv hier die Zunahme, wie der Preis sich entwickelt hat von Gold. Auch eine Rezession. Dollarstärke war neutral, seitwärts bewegend. Inflation hat sich jetzt im kleinen Bereich bewegt. Also war jetzt hier nicht massiv angestiegen. Der Ölpreis hat leicht zugenommen. Kurz darauf aber wieder der Abverkauf. Also der Preis ist gesunken vom Gold. Und hier Covid-Lockdown 2020. Vorher war der Ölpreis mehr oder weniger neutral gewesen. Dasselbe mit der Inflation in den USA hatten aber auch eine Rezession. Trotzdem hat der Goldpreis ja auch hier massiv kurzfristig zugenommen. Das heisst, was sehen wir hier? Gibt es ganz klare Zusammenhänge? Aus meiner Sicht nicht. Das heisst, was ich hier das einzige herauslese, sind zwei Faktoren. Und zwar, wenn ein Event kommt, den die Welt noch nicht gekannt hat. Also hier Golfkrieg, ganze Ölthematik hier, kannte die Welt nicht. Dann sind die Leute kurzfristig in Gold reingeflüchtet. Weil im zweiten Golfkrieg, kannte man das sozusagen schon, den Event hatte eigentlich nichts ausgelöst beim Goldpreis. Die Dotcom-Bubble, man kannte schon verschiedene Börsen-Crashes. Aber die Hyper-Dekar-Krise, die war wieder neu. Das war ein riesen Schock für die Welt. Und deshalb hat der Goldpreis wieder angezogen, kurz darauf wieder nachgelassen. Auch hier die ganze Lockdown-Thematik, diesen Event kannte die Welt nicht. Und das war ein riesen Schock wieder. Und kurzfristig ist dann Gold wieder angezogen. Das heisst, das Einzige, was ich hier wirklich herauslese, was aus meiner Sicht historisch jeweils den Goldpreis nach oben getrieben hat, waren neue Ereignisse, die die Welt so noch nicht kannte. Was ist überhaupt auch der psychologische Grund, warum Leute dann schlussendlich in Gold investieren, ist der Schutz, der sichere Hafen, warum Leute Gold kaufen. Ich meine, schlussendlich, Gold macht nicht wirklich viel. Ja, es wird teilweise in der Industrie und im Schmuck verarbeitet, aber das ist eigentlich ein kleiner Anteil, obwohl man immer wieder sagt, ja, Gold hat einen Anwendungsfall. Grundsätzlich, der Hauptanwendungsfall ist, dass es gehortet wird in grossen Saves, bei Banken, bei Privatpersonen, einfach als Versicherung gegen Events, gegen Krisen, um sich hier abzusichern und sein Geld über die Zeit auch zu schützen, gegen die Inflation. Das sind die psychologischen Gründe, warum Leute grundsätzlich in Gold investieren. Aber historisch gesehen, ja, hat das nicht immer wirklich so gut geklappt, auch mit dem Inflationsschutz zum Beispiel nicht. Wenn wir uns jetzt mal die Renditen anschauen, die Gold ermöglicht, schauen wir uns einfach hier mal die Krise nochmal an, der Lehman Brothers Pleite, ungefähr bei, ja, starten wir hier, bei 900, wenn wir direkt in die Rezession gekommen sind, bei 900 US-Dollar ungefähr pro Unze. und kurz darauf sind wir bei, hat der Preis wieder extrem nachgelassen, sind wieder auf, ja, fast auf den Einstiegspreis runtergekommen. Also wirklich hier ein Schutz war es nicht, es war eine kurzfristige Preisspitze sozusagen. Die Rendite war sozusagen null über diese Zeit. Hier in dieser Krisenphase sind wir auch bei rund 1600, 1700 gestartet und heute sind wir wieder genau beim gleichen Preis angekommen. Wenn wir aber die zwei Krisen zusammennehmen, dann sind wir hier von der Rendite her eben ungefähr von 900 auf, ja, 1700, also nicht ganz 100%, was Gold über die letzten, was sind das, rund 14 Jahre ermöglicht hat. Das ist so ungefähr die Rendite. Du siehst, es ist grundsätzlich auch volatil, wie sich der Preis hier entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Goldpreis sich stabil nach oben entwickelt als Inflationsschutz, was man immer wieder hört. Vergleichen wir hier noch ganz kurz die Daten mit dem S&P 500, der S&P 500, der Aktienindex. Wenn du hier das Ganze mal anschaust, dann hat der sich massiv besser entwickelt. Jetzt hier drüben, du siehst, wenn ich das Ganze bewege, ich lege das hier so ein bisschen drüber, dass man das besser erkennen kann. Siehst du hier eigentlich von der Krisenzeit, jetzt lädt hier leider nicht ganz die Daten sauber, aber ungefähr auch, ich extrapoliere das hier ein bisschen weiter, so ungefähr bei 1.000, also 900 oder 1.000, bis hier hoch sind wir bei 3.000, also aus einem 3.500, also eine massive höhere Rendite erzielen können, rein durch den Aktienindex S&P 500, als wenn du in Gold direkt investiert hättest. Die Frage ist nun, solltest du in Gold investieren, ja oder nein? Historisch gesehen hat Gold einen psychologischen Effekt bei den Leuten, weil Gold schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorhanden ist, als Wertspeicher gesehen wird bei den Menschen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den Gold hat gegenüber anderen Krisenschutz-Assets, sage ich jetzt mal. Gold kann auch in Krisenzeiten grundsätzlich als Zahlungsmittel benutzt werden, das heisst, wenn du Goldmünzen hast, kannst du damit natürlich auch im Krisenfall etwas kaufen, eben historisch gesehen hat das auch immer funktioniert, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft funktionieren, falls wir solch eine harte Krise hätten. Und ein weiterer Vorteil von Gold ist ganz klar, du kannst es nicht einfach vermehren. Geld drucken, wie wir es heute sehen, geht mit Gold nicht. Es ist schwierig, teuer Gold aus dem Boden zu holen und deshalb wird es eben auch als Inflationsschutz gesehen, weil es nicht einfach so auf Knopfdruck vermehrt werden kann. Aber natürlich, wenn wir das mit meinem Schreckempferd, dem Bitcoin, vergleichen, dann sehe ich massiv grössere Vorteile für Bitcoin und das solltest du für dich auch mal genauer anschauen, was die Vorteile von Bitcoin gegenüber Gold sind. Nicht nur die Rendite ist ein grosser Vorteil, sondern auch andere Punkte. Schauen wir uns jetzt kurz gemeinsam an. Wenn wir historisch gesehen einfach mal die Rendite anschauen, hier Bitcoin gegenüber Gold, schwarz ist Bitcoin, das Goldige hinten ist Gold, über die letzten zwei, drei Jahre. Also wir können hier auch rauszoomen, ist ein bisschen schwierig hier das Ganze dann anzuschauen, weil einfach alles ziemlich flach ist im Verhältnis zum Resten. Dann siehst du aber, dass hier Bitcoin trotz der Volatilität eine massive höhere Rendite erzielt als Gold. Und das ist etwas, was ich dir an diesem Punkt mal mitgeben möchte. Beschäftige dich mal rein mit den Renditefaktoren. Aus meiner Sicht hat aber Bitcoin noch weitere Vorteile. Und zwar bei Gold, musst du dir vorstellen, ist nicht knapp verfügbar. Was meine ich damit? Elon Musk hat zum Beispiel immer gesagt, er möchte mal auf einen Meteorit nach oben fliegen und dort Gold abbauen. Es gibt auf den Meteoriten sehr, sehr viel Gold. Gold ist nicht knapp per se auf der Welt, im Weltall, sondern ist einfach teuer zu fördern. Bei Bitcoin wissen wir hundertprozentig, wie viele Bitcoine es gibt. Es sind Maximum 21 Millionen. Das ist absolute Knappheit und deshalb für mich ein riesen Vorteil gegenüber Gold. Ein weiterer Vorteil neben der Rendite und eben, dass es absolute Knappheit ist. Gold, wenn du da zum Beispiel 100.000, 200.000 oder so in Gold speichern möchtest oder Gold kaufst für diesen Betrag, hast du doch schon ein ordentliches Gewicht an Barren oder Münzen, das du sicher verwahren musst. Und bei Bitcoin geht das ganz, ganz einfach. Du kannst auf einem einfachen, man nennt das ein Hardware-Wallet, einen USB-Stick auch immer wieder, höre ich, speichern. Und zwar, ich zeige dir das ganz kurz. Ich arbeite zum Beispiel mit der Bitbox, das ist so ein kleines Teil. Auf so einem kleinen Gerät hier, du siehst es hier abgebildet, im Verhältnis zu einem MacBook, kannst du Millionen, Milliarden theoretisch ganz einfach speichern, was ein riesen Vorteil ist gegenüber Gold. Zusammengefasst möchte ich dir mitgeben, beschäftige dich nicht nur mit Gold, sondern beschäftige dich auch mit Bitcoin. Welche Vorteile Bitcoin gegenüber Gold hat, ich habe sie dir aufgezählt. Wenn dich das auch interessiert, wie du ein rentables Portfolio aufbaust, wie du deine Bitcoin sicher verwahrst, ähnlich wie physisches Gold auch, dass zum Beispiel der Staat dir das nicht wegnehmen kann, wie du richtig in diesen Markt investierst, dann folge am besten meinem Kanal hier auf YouTube oder du kannst mir auf LinkedIn folgen, da bin ich auch sehr, sehr aktiv. Oder wenn du direkt sagst, ich möchte ins Handeln kommen und mit mir zusammenarbeiten, du suchst einen Sparringpartner, einen Mentor, der dich hier begleitet, dann geht es auf meine Webseite marksteine-consulting.ca Buch dir dort ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir mal, ob und wie ich dich hier unterstützen kann. In diesem Sinne, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss. Tschüss.